Präsident Volodymyr Zelensky und andere führende ukrainische Politiker haben die ukrainisch-orthodoxe Kirche beschuldigt, die Einheit der Ukraine zu untergraben und mit Moskau zu kollaborieren. Die Kirche wurde von den ukrainischen Behörden am vergangenen Freitag einmal mehr dazu aufgefordert, ihren Sitz in einem 980 Jahre alten Klosterkomplex zu verlassen. Ende des Vorjahres war bereits der Pachtvertrag gekündigt worden. Zwar hatte sich die ukrainisch-orthodoxe Kirche im Vorjahr vom Moskauer Patriarchat losgesagt, nach Ansicht der Behörden pflegt sie aber weiterhin enge Kontakte dorthin. Nach der jüngsten Aufforderung an die ukrainisch-orthodoxe Kirche, das Kloster zu räumen, bat der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill I. Papst Franziskus und andere religiöse Führer um Hilfe. In seinem Appell forderte er sie auf, alle Anstrengungen zu unternehmen, um die erzwungene Schließung des Klosters zu verhindern. Selensky dagegen sprach von einer weiteren Stärkung der geistigen Unabhängigkeit der Ukraine. Er versprach, die Ukraine werde dem terroristischen Staat keine Gelegenheit geben, das geistige Leben unseres Volkes zu manipulieren. Der ukrainische Sicherheitsdienst hat seit Oktober des Vorjahres Kirchen der ukrainisch-orthodoxen Kirche durchsucht, Sanktionen gegen ihre Bischöfe und Geldgeber verhängt und Strafverfahren gegen Dutzende von Geistlichen eingeleitet. Demgegenüber behaupten Kirchenvertreter der ukrainisch-orthodoxen Kirche, dass sie und ihre Millionen von Gläubigen Opfer einer Hexenjagd seien. º 1 Dr. Untertitelung des ZDF, 2020